In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man von Schaubild einer gebrochen nationalen Funktion zum Funktionstem kommt. Und das Ganze natürlich ohne Taschenrechner. Um den Funktionstem einer gebrochen nationalen Funktion aufzustellen, werden hauptsächlich die Asymptoten und die Nullstellen benötigt. Anhand dieses Schaubildes wollen wir uns kurz daran erinnern, wie man diese Eigenschaften am Schaubild erkennen bzw. ablesen kann. Die senkrechten Asymptoten sind sehr leicht zu erkennen. Das sind genau die Definitionslücken. In diesem Fall, gut erkennbar, x gleich 0. Die waagerechten Asymptoten oder die waagerechte Asymptote ist immer das Ergebnis von dem Verhalten gegen Plus und Minus unendlich. Ich glaube, auch das hier gut erkennbar an dieser Stelle mit y gleich 1. Und die Nullstelle, ganz klar, hier die Funktionssteine, die x-Achse bei x gleich 1. Wenn diese Eigenschaften nicht ausreichen sollten, um den Funktionsterm vollständig aufzustellen, kann man ebenfalls noch Punkte von Schaubild ablesen und diese nutzen. Was genau damit gemeint ist, werden wir anhand von Beispielaufgaben sehen. Als nächstes wollen wir uns noch kurz erinnern, welche Bedeutung diese Eigenschaften für den Aufbau des Terms haben. Die Definitionslücken oder senkrechten Asymptoten sind immer die Nullstellen des Nenners. Die Nullstellen der Funktion sind die Nullstellen des Zählers. Und bei den waagerechten Asymptoten, anhand der Fallunterscheidung zwischen Gradzähler und Gradnenner, kann man die Koeffizienten vor dem höchsten Potenzen im Zähler und im Nenner bestimmen. Wenn ihr Probleme mit senkrechten oder waagerechten Asymptoten habt. Im Abspann findet ihr noch die Tutorials zu diesen Themen. Allerdings glaube ich, bei den Beispielaufgaben, die wir gleich rechnen werden, klären sich oder werden sich die meisten Fragen automatisch klären. Und jetzt sind wir schon beim ersten Beispiel. Natürlich ist unser Ziel hier, anhand der Kurve einen passenden Funktionsterm aufzustellen. Dafür habe ich links schon angedeutet, welche Eigenschaften wir jetzt am Schaubild ablesen wollen. Also, als erstes haben wir eine senkrechte Asymptote bei x gleich minus 1. Dann noch eine Nullstelle, die ganz gut erkennbar ist, hier bei x gleich 1. Und noch die waagerechte Asymptote bei y gleich minus 1. Ich trage diese Eigenschaften jetzt hier links ein. Also, Definitionslücke war bei x gleich minus 1, die Nullstelle bei x gleich 1 und die waagerechte Asymptote bei y gleich minus 1. Die richtige Taktik an dieser Stelle ist, bei den senkrechten Asymptoten und bei den Nullstellen lineare Faktoren zu bilden. Was bedeutet das? Man kann ja gedanklich diese minus 1 hier oben einfach auf der anderen Seite zum x bringen, also mit plus 1. Und dann entsteht ein lineare Faktor und er lautet x plus 1. Genau das gleiche machen wir auch mit der Nullstelle. Also, auch hier bringe ich die 1 mit minus 1 rüber und daraus folgt wieder ein Linearfaktor mit x minus 1. So, und jetzt erinnern wir uns, was wir vor ca. 1 Minute besprochen haben. Wenn, ok, wir erwarten eine gebrochenheit zu einer Funktion. Das bedeutet, es gibt einen Zähler und einen Nenner. Und die Nullstellen sind immer die Nullstellen des Zählers. Das bedeutet, diesen Linearfaktor trage ich einfach nur im Zähler ein. Und die Definitionslücken oder die senkrechten Asymptoten sind immer die Nullstellen des Nenners. Deshalb trage ich sie hier unten ein. Das einzige, was wir jetzt noch anpassen müssen, ist die waagerechte Asymptote. Dafür müsst ihr euch an eine Fallunterscheidung mit dem Grad des Zählers und des Nenners erinnern. Also, in diesem Fall. Der Zähler hat als höchste Potenz x hoch 1. Also ist das auch der Grad des Zählers, der Nenner ebenfalls. Und wenn das der Fall war, dann wurde die waagerechte Asymptote immer durch die Koeffizienten vor dem Zähler und vor dem Nenner bei den höchsten Potenzen gebildet. Also in diesem Fall 1 durch 1 ergibt 1 und das wäre unser waagerechte Asymptote. Allerdings wollen wir als waagerechte Asymptote die minus 1 haben. Aus diesem Grund können wir beispielsweise einfach den Zähler mit minus 1 durchmultiplizieren. Allerdings wollen wir dabei natürlich die Nullstelle nicht verfälschen. Deshalb setzen wir das hier hinten in Klammer. Gut, jetzt zur Überprüfung. Minus 1 geteilt durch 1 ergibt minus 1. Also ist das hier unser waagerechte Asymptote. Wenn man diesen Term noch schöner aufstellen oder hinschreiben möchte, dann kann man hier oben noch die Minusklammer auflösen. Dann haben wir am Ende minus x plus 1 geteilt durch x plus 1. Und das ist das von uns gesuchte Funktionsterm. In unserem zweiten Beispiel fangen wir genauso wie vorher an. Wir lesen als erstes am Schaubild die wichtigsten Eigenschaften. Wir haben hier als erstes sogar zwei senkrechte Asymptoten bei minus 1 und 1. Dann eine waagerechte Asymptote bei y gleich 1. Und zusätzlich noch eine Nullstelle. Und zwar eine ganz besondere Nullstelle. Eine doppelte Nullstelle bei x gleich 0. Die schreiben wir jetzt links hier an der Seite. Also senkrechte Asymptoten einmal x gleich 1, einmal x gleich minus 1. Dann die Nullstelle bei x gleich 0. Und weil sie eine doppelte Nullstelle ist oder ein Briehpunkt mit der x-Achse, muss hier unbedingt eine hoch 2 hinkommen. Und noch die waagerechte Asymptote bei y gleich 1. Genauso wie vorher bilden wir jetzt bei den senkrechten Asymptoten und bei der Nullstelle die Linearfaktoren. Also, bei der ersten senkrechten Asymptote bringen wir die 1 mit minus 1 rüber. Dann haben wir hier einen Linearfaktor mit x minus 1. Dann noch ein zweiter mit x plus 1. Und bei der Nullstelle lohnt sich auf gar keinen Fall die 0 rüber zu bringen. Deshalb ist das jetzt einfach für uns der Zähler. Wir erwarten selbstverständlich wieder eine gebrochenationale Funktion. Deshalb hier an dieser Stelle wieder einen Bruch andeuten. Zur Erinnerung, die Nullstellen waren immer die Nullstellen des Zählers. Das bedeutet, oben im Zähler habe ich nur x hoch 2 stehen. Und die Definitionslücken oder die senkrechten Asymptoten waren die Nullstellen des Nenners. Dafür multiplizieren wir diese zwei Linearfaktoren miteinander. Also, x plus 1. Und so könnte man das Ganze aufbauen. Wir können natürlich den Term auch ein bisschen schöner schreiben, indem wir hier unten die Klammer auflösen. Also, ihr könnt entweder die Klammer ausmultiplizieren oder erkennen, es handelt sich um die dritte binomische Formel. Und deshalb können wir gleich schreiben, x² minus 1. Und das Einzige, was wir jetzt noch anpassen müssen, ist die Waagerechte Asymptote. Wir befinden uns wieder in dem Fall, wo Grad des Zählers gleich ist mit dem Grad des Nenners. Also, dann sind wieder die Koeffizienten vor dem höchsten Potenzen genau unser Waagerechte Asymptote. Und per Zufall 1 durch 1 ergibt 1. Das bedeutet, wir müssen gar nichts mehr anpassen. Der Funktionsterm ist damit schon fertig. In diesem dritten Beispiel werde ich nur ganz bisschen den Schwierigkeitsgrad anheben. Natürlich fangen wir, wie wir vorher an. Wir lesen die wichtigsten Eigenschaften von diesem Schaubild ab. Und zwar, wir haben eine senkrechte Asymptote bei x gleich 1. Dann eine waagerechte Asymptote bei y gleich 0. Und was es ein bisschen komplizierter macht, ist die Tatsache, dass diese Funktion keine Nullstelle besitzt. Trotzdem tragen wir jetzt erstmal links alles ein. Also, die senkrechte ist bei x gleich 1. Nullstelle gibt es keine. Ich mache einfach mal so einen Blitzer. Und die waagerechte ist bei y gleich 0. Das Einzige, was wir machen können, ist, bei den senkrechten Asymptoten wieder diesen Linearfaktor zu bilden. Also, ich bringe die 1 zu der x rüber mit minus 1 und dann habe ich x minus 1. Und wenn wir jetzt versuchen, unser Funktionsterm aufzustellen, dann haben wir im Prinzip an dieser Stelle nur den Nenner. Und er lautet x minus 1. So, für den Zähler haben wir eigentlich gar nichts. Also, wir haben keine Nullstelle. Allerdings können wir anhand der waagerechten Asymptote entscheiden, wie der Grad des Zählers und des Nenners bei diesem Bruch sein müssen. Wenn die waagerechte Asymptote 0 ist, dann muss der Grad des Zählers immer niedriger sein als der Grad des Nenners. Grad des Nenners ist ja x hoch 1. Das bedeutet, oben muss ja x hoch 0 stehen. x hoch 0 ist natürlich 1. Kurz gesagt, oben muss nur eine Zahl stehen. Und die kennen wir noch nicht. Deshalb habe ich dafür jetzt ein Parameter a ausgewählt. Um den Wert dieses Parameters zu bestimmen, brauchen wir einfach nur einen Punkt, was auf dieser Kurve liegt. Wir haben hier mehrere Punkte, die ganz genau sind auf dieser Kurve. Ich werde mich trotzdem für den einfachsten Punkt entscheiden, hier bei 0' minus 2. Also, ich schreibe hier daneben, diesen Punkt, den ich abgelesen habe, 0' minus 2. Das ist natürlich x, das ist y. Wir setzen es ein und formen nach a um. Entsprechend haben wir dann, minus 2 ist gleich a durch 0 minus 1. 0 minus 1 ist minus 1. Dann können wir einfach mal minus 1 nehmen. Minus 2 mal minus 1 sind 2. Somit ist a gleich 2. Damit haben wir endlich die fertige Funktion. Und zwar f von x ist gleich 2 durch x minus 1. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wenn ihr während dieses Tutorials das Gefühl hattet, dass ihr Probleme mit senkrechten oder waagerechten Asymptoten habt, hier rechts abgebildet noch die passenden Tutorials dazu. Und natürlich gibt es noch einen weiteren Tutorial, das auf jeden Fall bezogen auf dieses Thema Sinn macht. Und zwar wie man von Funktionstem zur Kurve kommt bei einer gebrauchernationale Funktion. In diesem Sinne, vergiss nicht, schlimmer geht es immer. Es ist schließlich Mathe.